1, 2, 3 und Bühne frei für das nächste Let's Play Orgs Mastai 2. Nein, seid ihr das Meister? Warte mal, du warst auch ein Lehrling des alten Mannes? Du? Du warst sein letzter Lehrling? Ich werde alles erklären, das verspreche ich euch. Aber die Orgs kommen. Tut, was ihr am besten könnt. So, tut, was ihr am besten könnt. Und ihr hört, dass der alte Meister aus Teil 1, der schon im Teil 1 uns die Geschichten erzählt hat, obwohl er tot war. Äh, obwohl, äh, genau, obwohl er tot war oder unmenschlich oder keine Ahnung. Ähm, er ist wieder da. Und keiner weiß warum. So, wir haben jetzt hier drei Türen. Oh, eine, zwei und hier hinten ist, glaube ich, die dritte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, genau. Und diese Map ist relativ komplex, denn ich habe die eben schon gespielt, just vor zwei Minuten, bis ich festgestellt habe, ah, hab ich vergessen, den Ton einzuschalten. Das ist das Schlimme an Let's Plays. Wenn es läuft, dann läuft es, aber wenn man die Hälfte vergisst, ist das richtig arschlos. Und das Problem ist jetzt einfach, es wird hier nicht mehr angezeigt, aber die Orks gehen ja auch teilweise zu, gehen noch die Treppen hoch, die es da gibt. Und das ist richtig scheiße. Sag ich einfach so, wie es ist. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie wir das bauen, aber wir haben ja auf jeden Fall eine neue Lieblingsfalle. Das ist die hier. Die Leute, die meine Let's Plays schon vorher gesehen haben, das sind die Fallen, die wir ursprünglich als Anti-Air-Fallen abgestempelt haben. Obwohl es die da gar nicht sind. Aber darum geht es ja nicht. So, setzen wir hier noch einen hin, oder da. Also, da führen wir eh nur einen hin. So, schauen wir mal. Wenn ich mich übrigens noch ein bisschen müde anhöre, liegt es einfach daran, ich habe ja noch Urlaub, wie die meisten wissen. Und dementsprechend schlafe ich auch ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall in meinem Urlaub ein bisschen was reißen, was Let's Plays angeht. Ich möchte ein bisschen was schaffen. Und ich war auch fleißig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jeden Tag circa zweieinhalb bis drei Stunden gezockt. Was schon relativ viel ist. Und das natürlich auch alles aufgenommen. Das heißt, die letzten Wochen habt ihr ja schon mittlerweile gesehen. Mal habe ich Onmas an Folgen produziert. Ich glaube, 25 waren es oder so. Das ist halt schon echt viel. Jetzt werden natürlich viel sagen. Ja, das merkt man auch. Oh, jetzt ruckelt. Hallo, hallo. Warum ruckelt du denn jetzt? Hallo. So, jetzt geht's. Sorry, Kinder. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Warum auch immer. Strap wollte gerade, wie ich wollte. Ich habe aber nichts verpasst. Ich hatte nur eine Wand und gut ist. So. Ja, was wollte ich sagen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, genau. Wie gesagt, ich hatte 25 Folgen aufgenommen. Relativ viel. Finde ich. Also ich finde das relativ viel. Wo geht ihr jetzt lang? Ihr geht jetzt glaube ich hier oben lang. Das seid ihr jetzt. Ja. Hier oben lang. Bei mir gibt es meinen Vorschlag. So. Sie versuchen uns zu landieren. Ja, versuch das mal. Genau. Und die meisten werden jetzt aber auch sagen. Oh, ist das viel zu viel. Mach mal lieber ein Video. Und dafür mal ein gutes oder so. Äh, Kinders. Das ist ein Let's Plays. Ja. Ich bin kein großer Entertainer. Wisst ihr selber. Aber. Ich mach das ja auch hier nicht um. Ich sag jetzt mal. Ich mach einfach nur Let's Plays. Als ich das Bad mache. Und nicht weil ich jetzt hier irgendwie weltberühmt werden möchte. Wenn ich weltberühmt werden möchte, dann weiß ich nicht. Gehe ich zu dem Lern ich ein bisschen singen oder lerne jonglieren und mache mich in irgendwelcher DeppenTV-Sendung namens DSDS oder Deutschland sucht den Superstar und wie die Formate die alle heißen. Einfach zum Horst. Da wäre ich auch berühmt. Ich mach das einfach nur aus Just for fun, weil es einfach geil ist. Es macht einfach immens Laune. Wow, wow. Freunde, Freunde. Wow. Wow, wow, wow. Lieber mit Mensch. Alter, wollt ich das doch mal wissen, ne? Zack. Zack. So scheiß Kobolder, Alter. Alter, zieh schnell auf. Ich hasse diese Kobolder, ich hasse sie. Danke. Ich trage sie gerne kurz, vor allem im Sommer. So, ähm... Das krasse hier ist auch, dass man hier en masse an Kohle kriegt. Ich mag das hier. Finde ich, im zweiten Teil. Oh, das war's schon. Das ist schon uncool. Vielleicht sollte ich mal auf die... auf die Pfeilwände erstmal umschwenken. Und die sind doch relativ teuer hier, die Dinger. Ich glaub, das mach ich auch. Let's, zählen, feuer! Dass ich hier erstmal umschwenke. Und die sind doch recht, recht üppig, was den Preis angeht. So, jetzt setzt man hier noch hin. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, jetzt setzt man hier noch was hin. Das wird klasse. Danke. So, dann sagt man, wenn ich auf die andere Seite. Und dann war's das hier auch schon. Nur immer her, hier! So, dann spicken wir hier mit wenig Geld das hier immer alles ein bisschen aus. Äh, ja, ich dachte, mit wenig Geld. Hier. Ne, wir sind zu nah. Egal. Ich glaube, sie sind nicht zu nah, wir sind zu weit entfernt, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Ach, jetzt hab ich auch gesehen, wie eine Falle ausgelöst. Uiuiui, Junge, 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 Junge. Hallo, Freunde. Ich lebe für Ork-Massaker. Hier unten ist schon mal clear. Hier oben sieht auch gut aus. Kapau. Nicht zu verwechseln mit Kakao. Pfeile für Acht. Pfeile für alle. Brot für die Welt. Pfeile für alle. Die Arzt gehören mir! Pass auf, Pionier! Was, Pionier? Achso. Da sind sie denn? Da sind sie. Ja, diesmal nicht, mein Freund. Diesmal wieder auf den Sound. Auf den Sound. Das ist doch noch einer. Da sollen sie doch. Kommt ran. Kommt ran hier, ihr Wachloppen. So, jetzt hab ich keinen Mana mehr. Da muss ich hier irgendwo was zum Saufen. Da muss ich jetzt erstmal ziehen und treffen. Das ist ja uncool. Das find ich interessant, ich nutze oben die Falle gar nicht aus. Also ich drück da gar nicht drauf, aber die ist extrem ausgelöst. Oder es kommt durch die Buchse hier, weil es ist ja glaube ich sowas, sowas Shotgun-mäßiges. Was wahrscheinlich da herkommt. Aber die Tucklick scheint besser zu sein als unsere Vorherige. Das läuft. Feuer! Reut, chill, Feuer! Wow! Was, ein Troll? Was ist denn bitte ein Troll? Haben wir noch nie einen Troll gesehen. Und das ist denn bitte ein Troll. Ach, das ist da oben! Schön! Da freu ich mich ja jetzt schon drauf. Wow! Irgendwie... Ist der Troll jetzt schon tot? Oder hab ich ihn nur noch nicht gesehen? Der ist schon tot? Okay. Das war nicht wie, aber er ist tot. Alter! Sag mal, du stehst direkt vor mir und kriegst was in die Fresse. Und du lebst trotzdem noch. Sag mal, findest du sie nicht auch ein bisschen ungerecht, oder was? So! Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Was haben wir jetzt hier noch? Ach, Nadelkissen! Der Troll ist weg! Ach, Nadelkissen! Zack! Und zack! So, das ist dann hier schon mal safe. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt werden wir hier schön mit, noch mit Nadelkissen hier. Schön. Dicht machen. Zack, zack. Wir können schon mal auf G drücken. Jetzt gibt's uns Feinders. Hier entlang, bitte, Herr Ork. So. Ja, wir versuchen uns zu flagieren! Naja. Macht mal, Kenneth. Probiert's mal. Just in diesem Augenblick bin ich... Wow! Ich brauch grad sagen, bin ich gut vorbereitet, aber zack, da kommen sie schon durch. Okay, das sieht, das sieht aber ganz gut aus, jetzt. Jawoll! Wow! Warum nicht? Alter! Wie kacke die sind! Die stehen... Das sind voll die Kamikaze-Joes! Ich muss wirklich sagen, an der Schwierigkeit, die Map hier mit dem... mit dem bestmöglichen Dings zu schaffen. Mit der bestmöglichen Punktzahl. Also an... an... Sagt schon! An Profen, sag ich jetzt mal. Da haben sie ganz schön geschraubt. Also das war mal einfacher. Im ersten Teil zumindest. Oder ich hab einfach nur noch nicht die richtige Taktik raus. Das kann natürlich auch sein. Da möchte ich mich jetzt hier nicht als... Als die Weisheit... ...selber... ...hauten. Aber hier läuft es schon mal ganz gut. Bäm, bäm. Haltet sie schnell auf! Haltet sie schnell auf! Dann wendet sie nochmal. Ja, sehr gut! Sehr gut! Nicht zu verwechseln mit Sergei, sondern sehr gut! Man, bin ich lustig heute! So! Auf die Pier! Zack! 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 Ich bin da oben gesetzt, ja. Da, da, und da! Da, da, und da! Da, 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 da! So! Da! Das Heulen der Wölfe! Oh, da ist auch was! Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich weiß nicht, ob ich da war. Oh, das ist ja. So.